Wie spielst du das? Der Resi-Podcast. Intendant Andreas Beck trifft in diesem Podcast die SchauspielerInnen des Residenztheaters und spricht mit ihnen über Persönlichkeit, Rollen und die Schauspielkunst. Folge 10 Katrin Störmer Hallo Katrin. Hallo Andreas. Wir kennen uns seit Basel. Ich weiß das noch ziemlich genau, irgendwann saßt du vor mir, ich habe so Vorgespräche geführt und ich hatte davor ja viele Vorstellungen gesehen und irgendwie dein Auftritt, dein Tun, dein Können, dein Spielen in Basel, das passte für mich irgendwie so zusammen. Es war auffallend großartig. Du bist nach der Schauspielschule, nach der Ausbildung in die Schweiz gekommen. Wie ist das passiert? Ja, ich war erst aber noch in Tübingen tatsächlich am Theater. Ich war fast auf dem Weg in die Schweiz. Genau, ich wollte eigentlich nie südlicher als Frankfurt irgendwo leben. Das hat nicht geklappt. Genau und von Tübingen aus hatte ich ein Angebot von einem Theater, was eigentlich an die Schauspielschule angekoppelt war. Das hieß Theater an der Siel. Das gibt es aber jetzt, glaube ich, nicht mehr so in der Form. Daher kenne ich auch einige meiner jetzigen Kollegen, zum Beispiel Nico Mastro-Beradino und Evelyn Gugols. Die waren damals auf der Schauspielschule und Tom Lutz natürlich. Den kenne ich natürlich auch von dort. Da war ich zwei, drei Jahre und dann hatte ich aber keine Lust mehr und habe freigearbeitet in Zürich. Sehr lange. Wie war das? Du hast jetzt in Basel ja länger gearbeitet, zwei Schauspieldirektionen, zwei verschiedenen oder mehreren sogar. Dann sind wir gemeinsam umgezogen hier nach München. Gibt es etwas, was sich für dich in der Schweiz oder auch in Basel glückvoll ergeben hat? Ja, zuerst möchte ich da Tom Lutz nennen, den ich halt schon sehr lange kenne und mit dem ich auch seine aller, 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 allererste Arbeit gemacht habe. Patience Camp hieß die. Und damit waren wir dann auch ziemlich unterwegs, weil das wurde auch eingeladen und so. Also mit Tom Lutz verbindet mich natürlich schon eine lange Arbeitsbeziehung. Dann durfte ich in Basel Mathea Koleschnik kennenlernen, mit der ich ja hier auch nochmal weitergearbeitet habe. Und doch, also ich hatte einige tolle Begegnungen in der Schweiz. Was ist das Besondere an der Arbeit mit Tom Lutz? Also wenn ich selber als Zuschauerin seine Arbeiten sehe, dann merke ich immer, wie ich plötzlich aufhöre, so zu denken, was da jetzt eigentlich passiert. Sondern ich werde sehr oft so mitgenommen von Atmosphären oder so Mikroschwingungen. Klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber so meine ich das gar nicht, weil das ist ja sehr penibel gebaut und sehr virtuos ausgeführt. Also muss man, wenn man Spielerin bei ihm ist. Da kann man nicht so schludern, sage ich jetzt mal. Das ist ein Uhrwerk. Ja, das ist ein Uhrwerk, ganz recht. Und das finde ich halt sehr verblüffend, dass dieses Uhrwerk eine Zuschauende, einen Zuschauenden dazu verführt, quasi so einzutauchen in eine völlig andere Welt. Und die ganze Musikalität, die ja in seinen Stücken inne wohnt, die nimmt einen halt mit wie in ein anderes Fähren. Nein, das ist schön ausgedrückt. Also wir kennen das ja alle eher als Beobachtende, also als Publikum, als RezipientInnen. Wie ist es, wenn man spielt? Ist diese Genauigkeit, ist dieses Uhrwerk, in dem man ein Teil ist, ist das auch eine Form von Freiheit? Oder ist es eher so, dass man das Gefühl hat, man ist hier ein Rädchen? Also es gibt Proben, wo das wirklich auch nervt, muss man sagen, weil man übt wahnsinnig viel. Ich mache das manchmal ganz gerne, weil mir gibt manchmal eine Form, die mir vielleicht auch davor fremd war oder die ich vielleicht am Anfang auch nicht verstehe, warum ich die jetzt machen soll. Mir gibt die manchmal wie eine Art, wenn man es dann hat, darin eine solche Freiheit, dass ich etwas erfahre über mich als Spielerin oder über den Stoff oder über die Welt, was ich vorher noch nicht wusste. Und das sind eigentlich meine Lieblingsmomente, wenn man nicht nur die anderen überrascht, das Publikum oder den Regisseur, die Regisseurin, sondern manchmal auch überrascht ist von sich selber, was das jetzt eigentlich mit einem macht als Spielerin. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Aber man hat natürlich auch mal Proben, also die Proben machen auch Spaß, aber eigentlich, ich erinnere mich noch, also bei einer frühen Arbeit, vielleicht Werther oder so, da hat der mal gesagt, das ist die Krux bei seinen Dingen, dass die erst schön sind, wenn sie perfekt funktionieren. Also wenn das Uhrwerk quasi fertig ist. Ich glaube, das Publikum kennt dich nicht nur von der Bühne, sondern viele kennen deine Stimme. Weil du machst sehr viel Podcasts und du machst auch sehr viel Hörbücher. Wie kam es dazu? Ich meine, einfach, weil du diese schöne, diese besondere Stimme hast, dieses Tamre? Ich glaube tatsächlich, ja, weil ich habe mich nie irgendwo aktiv, habe gesagt, hier ist ein, also ich habe bestimmt mal eine Stimmprobe verschickt, aber nur, wenn danach gefragt wurde oder sowas. Aber ich habe jetzt nie so eine Bewerbungsoffensive gemacht. Hallo Radio, hier ist meine Stimme. Das ist tatsächlich passiert. Ein Regisseur hat genau deine Stimme ein bisschen karikiert. Das war Simon Stone in den Drei Schwestern, wo du Natascha spielst. Natascha. Ja, genau. Das ist ja eigentlich die stille Hauptrolle in diesem Stück. Still ist sie ja nicht. Nee, still ist sie nicht. Aber sie ist, alle reden immer von den Drei Schwestern und vielleicht noch dem Bruder und den LiebhaberInnen und Liebhabern in diesem Stück. Aber Natascha ist ja tatsächlich so ein Kontrapunkt in diesem Haushalt. Wie kam dir auf die Idee, dass du genau dieses, dein Markenzeichen, deine Stimme, dass die gar nicht zum Tragen kam? Wir saßen ja, das wurde ja bestimmt auch hier schon bei anderen KollegInnen erzählt, sehr viel am Tisch mit Simon, um diese Fassung quasi live zu entwickeln. Und er hat gesagt, probier mal, alles ein bisschen zu hoch zu sprechen einfach. Und dann habe ich das gemacht und diese Stimme, die habe ich mal entwickelt, also irgendwann mal vor über 20 Jahren für so ein Projekt. Und dann habe ich einfach mal so eine Leseprobe in der Stimme gemacht, also wo ich ja auch schon oft gefragt wurde, wie machen die das eigentlich mit dem Effekt? Also wie legen die denn da drauf und so? Und ich so, welchen Effekt? Und dann war ich so ein bisschen unsicher, weil die anderen so spielen, als ob sie sich nicht beim Schauspielen erwischen lassen wollen. Wie mal über Ryan Gosling bei Drive geschrieben wurde. Er spielt, als ob er sich nicht beim Schauspielen erwischen lassen will. Hatte ich natürlich Angst, dass das eben, wie du sagst, eine Karikatur wird. War bis zum Schluss eigentlich unsicher, ob ich das machen soll. Na, es hat etwas Karikierendes, aber es ist keine Karikatur. Dafür spielst du das viel zu aufrichtig, diese Figur. Ja, ich habe dann mir irgendwann gesagt, wenn die Stimme so ist, dann darf der Körper das nicht auch noch machen. Der Körper muss irgendwie depressiv sein. Und das ist, weil das da so rauströtet, das ist dann auch Arbeit, quasi den Körper so ein bisschen. Also sie ist ja keine glückliche Figur, also überhaupt nicht. Und darüber, glaube ich, habe ich geschafft, im Reinen zu sein mit dieser Natascha, wie sie ist. Und ich finde das eine tolle Figur, weil sie geht, weil ihr Mann halt drogensüchtig ist. Und natürlich ist sie dann auch taktierend und gemein und alles Mögliche, aber das sind alle Figuren in den drei Schwestern. Unbedingt. Du hast hier in München dem Publikum, bist du schon in vielen Rollen begegnet. In Dantons Tod, in eben drei Schwestern, in Gott. Dann eben, hast du schon erzählt, Antigone von Mateja Koleschnik inszeniert. Warten auf Platonow von Tom Lutz. Aber über zwei Produktionen möchte ich besonders sprechen, nämlich über Andersons Erzählungen. Da spielst du die Mutter, Christine Collin und die Kopenhagen-Trilogie, wo du eine der Tove Ditlefsen bist, in dieser fiktional-autobiografischen Erzählung. Insgesamt werden an dem Abend drei Stoffe, drei Bücher von Tove Ditlefsen zusammengefasst, die in Deutschland unter dem Titel Kopenhagen-Trilogie informieren. In Dänemark kennt das keiner unter Kopenhagen-Trilogie, sondern da heißt es eben Kindheit, Jugend, Abhängigkeit. Wir haben eben gerade über das Verkörpern oder anders gesprochen, auch die Stimme und wie du mit der Stimme verkörperst, unter anderem gesprochen. Bei der Kopenhagen-Trilogie spielst du eben die älteste Tove. Du hast noch zwei jüngere Kolleginnen, Pierre Händler und Navi Janha, die spielen. Du bist aber eben die Tove, die drogenabhängig gemacht wird von ihrem Mann. Sehr bewusst, um auch so eine Art von Hörigkeit in der Beziehung herzustellen. Dieser letzte Teil, der enthält über weite Strecken, also Abhängigkeit, wird eben live gefilmt von hinter der Bühne eben nach vorne, also praktisch zum Zuschauer. Und das Besondere an diesem Teil der Erzählung ist, dass diese Kamera, man möchte sagen, fast in die Zahnzwischenräume fährt. Ich habe das in so einer Radikalität eigentlich nur mal gesehen bei Blau. Da hat das Juliette Binoche gespielt von Kieslowski. Bei dir ist es tatsächlich auch diese Abhängigkeit. Wie ist das? Wie spielt man das? Ja, also das war tatsächlich ein langer Weg, weil anders als in den Büchern, das Buch Abhängigkeit beginnt, als sie noch nicht abhängig ist, sondern das beginnt, wo sie noch eine Beziehung mit einem anderen Mann hat und dann diesen Mann kennenlernt, der sie drogenabhängig macht. Und das war tatsächlich auch schwer, weil sozusagen dieser Übergang von der zweiten zu meiner Tove, ich bin sozusagen die Verkörperung ja auch dieser abhängigen Zeit. Und da musste ich auch sehr lange suchen, weil mir war schon klar, also wenn man Romanbearbeitungen macht, da hat man ja per se oder meistens dann ja auch sehr viele Erzähltexte zu bewältigen. Es gibt ja nicht nur Situationen oder Dialoge und meistens denke ich immer so, was man erzählt, sollte man nicht eins zu eins dann auch immer spielen. Und das war so eine Suche danach, wie kann man das über die Situation mit dem Mann lösen? Wie geht man mit den Erzähltexten um? Was macht dann dieses Video? Ich muss dazu sagen, ich habe dieses Video natürlich, also ich könnte es mir angucken, weil es, glaube ich, eine Aufnahme davon gibt, aber das möchte ich nicht, weil ich weiß gar nicht so genau, ob ich das sehen will. Meine Poren und meine Zahnzwischenräume so, genau, aber ich werde es mir bestimmt irgendwann mal angucken. Aber da war ich eigentlich sehr froh, dass wir oder Elsa-Sophie Yacht, die Regisseurin, das auch vorgeschlagen hat, dass man einen großen Teil dieser Sucht über dieses Mittel erzählt. Aber das mit dieser Kamera, das muss ich sagen, das ist tatsächlich sehr speziell, weil die kommt mir natürlich sehr nah und ich betrachte aber die Kamera, das werden die Leute sagen, die viel Film machen, quasi wie ein Mitspieler. Das ist genau die Frage, die sich daran anschließt. Spielst du in diesem Moment für die Kamera mehr als für ein Publikum? Wie spielst du das? Weil du bist in diesem Augenblick, in dem die Kamera dir so entsetzlich nah rückt, bist du ja eben trotzdem immer noch eine Bühnenfigur und du hast Mitspieler. Bist du in dem Moment mehr auf einem Filmset oder bist du immer noch auf einer Bühne und die Kamera ist nur ein Partner? Die Kamera ist wie ein Kanal in dem Moment, stelle ich fest. Also ich merke, dass meine Augen so fokussiert sind auf dieses Objektiv. Also natürlich, wenn die PartnerInnen dazukommen, dann schaue ich die natürlich an, aber eigentlich ist die Kamera der Kanal und mir ist sehr bewusst, weil das spielt ja alles auf der Bühne, dass hinter der Projektionsfläche das Publikum noch sitzt. Das vergesse ich nie, dass das doch da ist. Und trotzdem ist es wie ein Tunnel, der immer enger wird. Und dieser enge Tunnel ist der Kanal, der durch die Kamera dann wieder nach draußen zum Publikum geht. So fühlt sich das an, ja. Bist du eine psychologische Spielerin? Also arbeitest du über die Psychologie einer Figur? Unterschiedlich, je nach Arbeit. Manchmal hilft es mir sehr, von außen etwas an mir zu verändern. Meinetwegen, also bei Mathea ist das ja zum Beispiel so, die hat ja auch oft einen Choreografen dabei, der mit uns körperlich arbeitet. Dass man etwas die Schultern hochzieht oder was auch immer, die Hüfte verschiebt. Und daraus ergibt sich dann eine Psychologie. Das gefällt mir sehr gut, auch so zu arbeiten. Aber da jetzt bei Kopenhagen war das natürlich so, gerade da vor der Kamera ist es psychologisch gespielt, ja. Und ich frage das immer wieder, spielst du lieber eine Figur, die in einem Roman, also in einem Epos schon beschrieben, also auch, sagen wir mal, analysiert oder vorgeführt wird? Spielst du die lieber oder ist die eine dramatische Figur, wo du nur Texte hast, die letztendlich zwar die Bausteine zu einem Charakter sind, aber eben nur eine äußere Hülle? Also du selber die Gedanken und den Menschen mit dir erschaffen musst, ist dir das lieber? Ich kann das gar nicht so trennen, glaube ich. Also ich würde jetzt mal kurz wechseln zu Andersens Erzählung. Da spielst du die Mutter. Also die Ziehmutter ist es ja. Die Ziehmutter von Hans-Christian Andersen. Hans-Christian Andersen wächst in einer Familie auf und dieser Abend erzählt ja nicht nur die Hochzeit des Ziehbruders, sondern erzählt auch von der Zuneigung oder von der Beziehung der beiden Ziehbrüder. Ja, genau. Da spielst du die Mutter, die tatsächlich, man könnte sagen, in den ersten Bildern eher als bitter und hart von dir gezeichnet wird und dann aber eben im Letzten gibt es so kurze Momente, wo du das Unglück, was in der Luft nicht nur liegt, irgendwie spürst, sondern wo du mit wenigen Blicken oder mit einem Zucken um die Mundwinkel irgendwie suggerierst, ich habe dich verstanden, aber Pflicht ist Pflicht und Schnaps ist Schnaps. Ich kann das nicht sagen, was ich lieber mache. Also ich bin froh, dass ich beides machen kann. Aber bereitest du dich anders darauf vor? Ja, also bei Philipp Stölzel, den ich ja übrigens auch schon aus Basel kenne, da war das so, dass wir am Schluss, musste ich mal diese Szene mit der Linda, wo du sagst, dass ich die dann verstehe, musste ich mal kurz das mal ganz für mich alleine machen, weil das der Moment ist, wo sie sich bewusst wird, was ihre eigene Ehe eigentlich ist. Und das ist auch eine tolle schauspielerische Arbeit, dass man das machen kann und dass das dann quasi wie ein Mosaikstein dieser Inszenierung so zugeführt wird. Bei Kopenhagen, weil das ja auch sehr lange Texte alleine sind, da war ich sehr viel, also haben wir auch am Tisch zusammen mit der Produktion oder der Regie gemacht und geguckt, was da drin ist in diesem Text. Aber da habe ich natürlich auch viel, viel zu Hause gearbeitet dran. Was natürlich dann, also klar, die Gedanken werden immer klarer, aber was dann wirklich passiert vor der Kamera, kann ich jetzt nicht sagen, ich mache das immer gleich. Das wäre ja fürchterlich. Genau, also das ... Aber wie bereitest du dich darauf vor? Also wie ist es zum Beispiel, wenn du Frau Collin spielst irgendwie, dann wirst du dich sicherlich anders darauf vorbereiten, als auf Tove Dittlefsen in Abhängigkeit. Na, also da ist es halt viel mehr, das ist halt eine Situation und durch den ganzen Raum, also jetzt bei Frau Collin, durch den Raum, durch die Dialog, Regie, durch das, was ... Auch den Realismus. Auch den Realismus, das ist eine völlig andere Sache. Da ist es wie so eine Forschung, was ist die Situation und wie können wir über beide Figuren, gibt es eine Entwicklung, bleibt eine Figur stehen, geht die andere weiter? Wer hat vielleicht einen Hochstatus, wer den Tiefstatus? Also das ist so eine Untersuchung. Und bei Kopenhagen war das so, wie ist das, eine drogenabhängige Schriftstellerin zu sein? Weil ich weiß noch, die Aino Laberenz, die Kostümmildnerin, die hat auch zu mir gesagt, ja, dein Kostüm als dritte Tove, du bist dann so, du stehst ja da schon mehr im Leben und bist total erfolgreich. Und das sozusagen, was ist das, dass die trotz dieser Drogensucht immer weitermacht und diese Kraft findet? Und das muss man ja mit diesem Text, mit diesem Erzähltext erzählen. Da gibt es keine richtige Situation für. Da gibt es nur, in Anführungsstrichen, nur die Erzählung. Nur dich? Ja, genau. Nur dich und dich wirklich bis in die Pore hinein bespiegelt. Ist dir das unangenehm? Bist du schamhaft? Mhm. Und empfindest du dich da als nackt, wenn dir wirklich die Kamera so tief, also fast unter die Haut geht? Wie gesagt, das ist ein Grund, weswegen ich mir das noch nicht angeguckt habe. In dem Moment, also jetzt nicht mehr, aber auf den Proben habe ich mich schon oft geschämt oder war schüchtern oder sowas. Aber der Inhalt, den man transportiert, der ist eben wichtiger. Und deswegen überwindet man das irgendwann oder überwinde ich das. Und ich kann in dem Moment, wo ich das ja mache, auch nicht darüber nachdenken, ob ich mich schäme. Da schäme ich mich dann nicht mehr. Aber das ist deswegen, weil der Inhalt so klar im Fokus steht, dass man, ja das ist so ein abgeschmacktes Wort, aber dass man dieser Figur oder diesem Inhalt dient. Ich frage das deshalb, weil das ganz oft in Diskussionen gefragt wird, wenn eine Schauspielerin oder ein Schauspieler nackt auf der Bühne ist, dass Menschen fragen, aber verletzt das nicht Schamgrenzen oder so? Und ich pflege immer zu antworten, dass Nacktheit auf der Bühne ja immer Kostüm ist. Es geht ja hier nicht um Lust oder das ist ja keine Piepshow. Aber die Frage, dieses sozusagen, dieses unter einer Lupe zu liegen für ein Publikum ist ja, obwohl du natürlich nicht nackt bist, ist es aber eine andere Form von Nacktheit. Deswegen habe ich mich gefragt, ob das für dich irgendwie auch irgendwie etwas war, was du überwinden oder zu dem du finden musstest und wie du da hingefunden hast. Ja, also da muss ich mal kurz ausholen, weil da fällt mir auch immer bei dieser Frage auch so ein Missverständnis ein, weil wenn man jetzt jemanden kennenlernt und man sagt, man ist Schauspielerin, dann wird man ja sehr, sehr oft gefragt, ah, ihr habt es gut. Und wenn ihr mal in eine Verkehrskontrolle kommt oder wenn ihr beim Klauen erwischt werdet, ihr könnt ja total gut lügen und ihr kommt dann aus solchen Situationen so raus und so. Und also das finde ich ja ein Riesenmissverständnis, weil ich kann überhaupt nicht gut lügen und ich glaube sehr viel an meine Kolleginnen auch nicht. Und das ist ja die Arbeit und das hat was damit zu tun, was du gefragt hast, weil in diesem geschützten Raum, in diesem intimen Rahmen von einer Probe, da wird ja quasi daran gearbeitet, dass niemand mehr lügt, im besten Fall. Also wenn die… Nein, dass man spielt. Dass man spielt. Spielen ist nicht lügen. Ganz recht. Spielen ist spielen. Genau. Und da hat ja auch jedes Schamgefühl oder Schüchternheit oder nee, hierfür brauche ich noch Zeit, Platz im besten Fall. Ich kenne das von mir auch bei Arbeiten, in manchen ist man sehr schnell im Stoff, bei manchen braucht man länger und muss so gehen. Und ich weiß das genau, wie sich das anfühlt in jeder Produktion, dass man, wenn man länger braucht, plötzlich ein kleines Fünkchen erwischt hat. Und dann weiß ich meistens, neben dem, dass man ja trotzdem auch immer weiter Zweifel hat, aber da weiß ich doch, jetzt bin ich auf dem Weg. Und ich glaube, ab dem Punkt geht man mit Schamgrenzen anders um, weil man weiß, jetzt hat man etwas, jetzt hat man ein Zipfel oder jetzt hat man eine Stelle, wo man weiß, wie die Figur ist oder wie, ja, was man transportieren möchte. Und ganz oft macht es wie so eine kleine Blase kommt an die Oberfläche und dann noch mehr und noch mehr und plötzlich hat man wie so eine Fontäne. Und wenn man die Fontäne hat, dann ist das eigene Befinden weg oder weg. Also das ist nicht weg, aber man hat da nicht mehr diese, wie finde ich das jetzt, habe ich da einen Pickel, wenn jetzt die Kamera kommt, wie ist das, wenn der Kollege mich da berührt oder so oder wenn ich hinfalle und mir irgendwie, wenn es ungeschickt aussieht oder das ist dann weg. Man sagt ja immer so schön, ich krampfe mich ein, also im Sinne von, ich fange an, mich auf die Rolle zu konzentrieren. Also man krampft sich ein, um nachher wieder ganz locker zu sein. Dann, wie bereitest du dich oder wie krampfst du dich auf eine Rolle ein? Wie bereitest du dich darauf vor? Meistens fängt es schon am Abend vorher an. Also, dass ich weiß, ah, morgen Abend ist Vorstellung. Und das ist so wie so der erste Layer. Und dann am nächsten Tag, also ich mache immer die Texte vorher durch, egal bei welcher Rolle und bei welchem Stück mache ich den Text. Bei Christine Collin, da habe ich, also jetzt haben wir ja schon die 20. Vorstellung gespielt, aber da habe ich mich mal, dachte ich so, wieso bin ich denn so komisch schlecht gelaunt? Was ist denn und so? Und dann habe ich gemerkt, dass das schon Vorbereitung ist, weil die ja entsetzlich abgeschlossen, zugeschlossen ist, diese Figur, bis auf wenige Stellen. Also da merke ich schon, dass das so anfängt. Hilft dir das Kostüm, weil das ist ja bei ihr wahnsinnig, es ist ja verpackt, wirklich. Nicht? Ja, das hilft. Ganz bittermeierlich. Das sind ganz schwere Röcke, die ziehen einen schon so richtig runter und um uns körperlich dagegen arbeiten, dass man gerade ist und fest. Das hilft sehr. Diese grässliche Frisur hilft auch sehr, wenn die Maske, das ist ja eigentlich nur ein Haarteil, was ich vorne dran bekomme, aber jedes Mal, wenn ich dann im Spiel denke, das kann nicht wahr sein. Aber gut, also das hilft alles sehr. Ja, und bei Kopenhagen zum Beispiel, weil das ja sehr lange Monologe auch sind, teilweise vor der Kamera, da laufe ich durch die Wohnung und mache wie im Spiel die durch. Da gehe ich überhaupt nicht in die Psychologie. Ich singe Texte oder murmele oder mache alle möglichen Sachen, die ich nie im Stück machen würde mit den Texten. Und hast du eine Lieblingsrolle? Nee, das gibt es leider oder nicht leider, das gibt es nicht mehr, weil ich schon so oft überrascht worden bin von Rollen oder Stoffen, wo ich am Anfang dachte, und das wurden dann ganz wunderbare Abende und Rollen, an denen mein Herz sehr, sehr hing. Und ich hatte aber auch schon Sachen, wo ich dachte, juhu, die Rolle. Und dann wurden das so Abende, die vielleicht jetzt mir nicht selber so viel gegeben haben. Ganz früher wollte ich immer das Kärtchen von Heilbronn spielen. Weil ich die halt auch so zielstrebig finde in ihrer Art. Ja, aber das, ich lasse mich jetzt lieber überraschen. Ich wünsche uns noch viele Überraschungen. Schön, dass du da warst. Danke, Andreas. Ich war gern hier. Das war Wie spielst du das? Der Resi-Podcast. Um keine Folge zu verpassen, abonniert den Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Weitere Infos zu den SchauspielerInnen und den besprochenen Stücken findet ihr in den Shownotes und auf residenztheater.de. Wir sehen uns im Resi. Wir sehen uns im Resi. Vielen Dank.